Im Kontext von Machine Learning umfasst das Thema Data Engineering das Bereitstellen und Aufbereiten der Datengrundlage für das Training unserer Modelle. Das Buzzword ETL steht für Extract, Transform, Load, also den Prozess, Daten über eine Datenpipeline zu verarbeiten und in einem Zielsystem abzulegen. Man unterscheidet zwischen batchweise Import und real-time Import, auch Streaming genannt. Daten werden für gewöhnlich in einem Data Warehouse persistiert, also einer sehr großen Datenbank, die für Analyseabfragen optimiert wurde. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du bekommst eine Rechnung geschickt. Du packst diese Rechnung aus, ist sie im Umschlag, sortierst die Blätter, tackerst sie und steckst das Ganze in eine Glassichtfolie. Danach heftest du diese Rechnung in einem Aktenordner im richtigen Register ab. Dann addierst du den Betrag auf der Rechnung auf deine monatliche Kostenübersicht. So, das ist das Szenario. Jeder der genannten Punkte steht stellvertretend für einen Schritt in der Datenpipeline. Versuche diese mal zuzuordnen. Und zusätzlich nenne mir mal ein anderes Beispiel aus deinem Alltag, was du mit einer Datenstrecke vergleichen könntest. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches Beispiel dir Daniel sehen kann. Ich bin alles Teil mit eineraderschaft von Datei. Untertitelung des ZDF, 2020